Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hunter again. Wir spielen hier den Crusader Tier 5 Scout der Briten. Ja, ich habe hier die Top Gun mit einigen schönen Daten. Zumal ich lade 2,06 Sekunden nach, habe noch keine 100er Mannschaft drin. Ich habe mit einer AP Granate Durchschlagkraft 110 Damage 75 mit Gold. Hingegen habe ich habe eine Durchschlagkraft von 112 bis 175 Damage und mit High möchte ich überhaupt nicht sagen 30 Millimeter. Ja, ich habe mich jetzt erst mal entschieden dorthin zu gehen und von dort aus die gegnerischen Panzer entweder zu Beschuss zu benehmen oder zu spotten. Ja, da sehen wir schon einen PZ anziehen. Ich mache auf Auto-Aim um mich auf die Fahrt zu konzentrieren. Leider habe ich ihn nicht gekriegt, der hat die Tour, den mir gekillt. Entweder ich habe zu wenig Damage gemacht oder der hat einfach überlebt. Ja, das wäre mein erster Kill gewesen. Hier sehen wir den Locust, der auf mich zielt. Ich sehe da den Herzer, denk mir, fuck off. Und er ist a Kill. Locust zielt nicht auf mich, sondern auf ihn. 1, 2, 3, 4. Ja, einen 3er mit 4 Schuss rausgeholt. Da sehe ich den Erachter 1, der sehr gefährlich werden könnte. Allerdings als TD sich zurückzieht und mich vorkommen lässt. Was die dümmste, Entschuldigung, aber forever ist. Weil einen Scout gegen einen TD vordringen zu lassen ist, ist nämlich was du machen kannst. Ein Scout-Ski-Schneider wie ein TD, meistens. Und haben eine stärkere Möglichkeit, einen TD auszudricksen und zu töten. Daten zu er noch da eins. Ja, er hat die Top Gun. Top Turm. Ah ne, Entschuldigung, T-76. T-49 eigentlich so. Da ich ihn im Turm zerfetze und das Munitionslager genau jetzt. Ähm, ja, und dann hat er aufgegeben. Das ist mein Kill Nummer 3. So. Da sehe ich die gegnerische SU-85B. So. Da sehe ich ihn. Hätte ihn gerne angefackelt, hat allerdings nicht so funktioniert, wie ich dachte. Und, ja, na dann habe ich mich entschieden, hole ich mir mal einen Kill. Da sehe ich den 3er und... Quickscope. Au, das war der T-1820 von der Seite. Naja. 1. Das ist das Besser an dem Ding. Das Ding hat seitlich einen sehr guten Gun Depression. Und kann somit den Gegner sehr stark in der Seite zusetzen. Und ist sehr genau während dem Fahren, wie man sieht. Ja. Ähm, was mich jetzt aufregt, ich habe jetzt 5 Kills. Bin sehr zufrieden mit dieser Runde gewesen. Da sehe ich den B1, der mal kommt. Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein unten... Da wurde er mir gesneakt. Ja. Leute, das regt auf. Das wäre mein 6er Kill gewesen. So. Chris to say... Ne, ähm, Grumwild... Ne, was ist das jetzt? Kovendanta. Entschuldigung. Die Nahrung verwirrt einen sehr... So. Ein Schuss. Ich warte. Und... Gesneakt. Immer noch 5 Kills. Ja, den Damage weiß ich jetzt leider nicht mehr ganz genau. Aber den könnte ich euch dann am Ende nochmal erklären. Ja, da wurde er mir schon wieder gesneakt. Da spiele ich mal ein bisschen vor, weil es mich einfach aufgeregt hat. Ähm. Da sage ich, bitte lassen wir doch einfach diesen einen Kill. Komm schon, nicht cappen. Da haben die Gegner gecappt. Ähm. Wir hätten gewonnen. So. BDR. T5 Heavy. Ich warte. Schieß zu spät. Und mir wurde der Kill schon wieder gesneakt. So. Wir haben 13,6. Und unsere Leute... Entschuldigung, das muss ich euch echt mal zeigen. Es tut mir leid, aber echt... Wenn ihr dieses Video seht, bitte... Löscht das Spiel. Und hört auf, mit dem Spiel zu spielen. Es ist einfach nur blöd. Ihr cappt es hier und macht es im Verbündeten. Einfach nur blöde Sachen. Es ist... Beschiss. Es ist... Scheibe. Ich hätte 6 Kills haben können. Naja. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Have fun. Und war out.